Also aus gegebenem Anlass, ähm, aus gegebenem Anlass, Betty und ich feiern heute, Geburtstag, Geburtstag, ähm, hat sich der Kevin ein besonderes Geburtstagsgeschenk für uns beide und sozusagen auch für uns alle ausgedacht und das würde er gerne jetzt mal hier vortragen bzw. preisgeben. Hebel, 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 Hebel! Marc, bleib so. Ich schau ihn an. Warte, bis Ruhe ist. Ruhe, Ruhe. Psssht! Hallo! Pssst! Hallo! Pssst! 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 Das war's. Ich wollte mir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich bist. Für mich bist. Ich war so mit, in meinem Schilder-Area, mein Zweier-Tage-Lebener, mein Süßvarteil und die Oberfläche. Ich schaue mir vor, der wohl das Geist, der noch. Und so schön, dass man nur auf der Sicht der Mann hat. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich bist. Für mich bist.